Hallo! Herzlich Willkommen zu Piranha Becken TV. Ähm, was? Hallo. Ähm, ja, heute haben wir das Thema Release. Ja. Und, äh, was ist denn Release überhaupt? Das ist jetzt sehr... Das war ein schöner Song von AfroCand System. Ah, das stimmt, ja. Ja, aber darüber hinaus geht es in dieser Folge vor allen Dingen um den Release-Zeitpunkt. Das heißt, der Zeitpunkt, in dem das Spiel auf dem Markt erscheinen soll. Das ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, über das sehr viel diskutiert wird und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das mal als Diskussionspunkt mit rein. Ja, denn sehr viele Gerüchte und, ähm, sagenumwobende Diskussionen, ähm, gehen um den, um das Thema, ähm, ja, ja, zum Beispiel, wer bestimmt eigentlich das Release-Datum und, äh, wie funktioniert das überhaupt? Als Erste von mehreren Fragen, sag ich mal. Ja, im Wesentlichen erstmal wir selber, ja. Das heißt also, so ein Projekt hat so eine Laufzeit von etwa drei Jahren bei uns. Und, äh, da weiß man ja schon ungefähr wann man anfängt, wann man fertig ist, sein sollte, ne? Ganz grob. Ganz grob, so in drei Monats Granularität, so, ne? Manchmal braucht man auch noch ein bisschen länger, ne? Es gibt ja ein paar Beispiele aus unserer Vergangenheit, wo wir ein bisschen länger gebraucht haben, als eigentlich veranschlagt sind. Da sind, äh, vor allem zwei Projekte zu nennen, einmal Gothic 1 und Gothic 3, die waren terminlich total drüber, so, ne? Die haben irgendwie etwa im Schnitt beide etwa ein Jahr zu lange gedauert, als für das, was eigentlich hätte sein sollen. Bei, im Fall von, ähm, Gothic 3 war es, glaub ich, sogar anderthalb Jahre. Was mir aber sofort dazu einfällt, ne, was jetzt, äh, so automatisch ein Fan denkt, wenn er das hört, ist, ähm, dass ein, ähm, wenn ein Release-Datum, das angeblich irgendwann mal genannt worden ist, und sei es nur eine Jahreszahl, wenn die dann nicht stimmt am Ende des Tages, äh, dass automatisch der Entwickler, äh, seine Milestones nicht geschafft hat und sich total verrannt hat und deswegen irgendwelche Sachen nicht funktionieren und so. Das ist aber überhaupt nicht immer der Fall. Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum so ein Release-Datum nicht unbedingt das erste Datum trifft, das man sich vielleicht ausgedacht hat, ne? Ja, da gibt es sehr viele Gründe, äh, allen voran mal die Produktion. Ja, die Produktion eines Computerspiels dieser Größenordnung oder auch einer kleineren Größenordnung, wo man dann ja auch auf einer kleineren Ebene irgendwie auch die Termine halten muss. Also, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Projekt plant auf eine Woche und man braucht anderthalb, ja, dann hast du deinen Termin auch verrissen, aber es ist vielleicht jetzt so von einer Größenordnung eine Woche anderthalb jetzt vielleicht nicht so schlimm, ja? Kommt drauf an, ja? Aber im Endeffekt ist das schon so. In einem, äh, Fall von uns würde das bedeuten, ja, du bist halt anderthalb Jahre drüber, ne? Ne? Also drei Jahre plus 50 Prozent. Also das ist ja dann schon total Käse, ne? Steht und fällt natürlich, äh, natürlich auch mit der Planung, ist klar. Das heißt, man muss sich irgendwie schon so aufstellen, dass die Dinge, die am wichtigsten sind, zuerst gemacht werden, dass Abhängigkeiten berücksichtigt werden, dass Dinge getan werden, die, ähm, gut sind fürs Projekt und, äh, wenig Spielereien passieren, wo man seine Zeit verpatscht und so weiter. Dass man, äh, nicht auf Leute warten muss, dass man, äh, tatsächlich dann auch bei einigen Sachen auch mal anzieht und sagt, so, jetzt müssen wir diesen Tag mal irgendwie durch, saure Gurkenzeit oder so, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie fließbandmäßig das jetzt abarbeiten und danach können wir wieder die coolen Sachen machen oder solche Dinge, ja? Ähm, das heißt, solche, äh, Prozesse durchläuft ja auch, äh, so ein Projekt, ne? Von der Vision bis hin zum fertigen Produkt, dass man dann am Ende des Tages auch tatsächlich irgendwie, äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Arbeiten hat. Gefühl zumindest. Tatsächlich ist es so, dass man am Tag halt eine gewisse Arbeit erledigen kann und die kann man auch benennen und die kann man auch planen, ja? Dass man mal sagt irgendwie so, okay, da hat man mal eine Woche irgendwie, ich muss mir eine Woche lang über irgendein Thema Gedanken machen, ja? Hört sich bescheuert an, so, der kann nicht die ganze Zeit nur rumsitzen und sich Gedanken machen, so funktioniert das ja auch nicht. Aber verteilt auf jetzt irgendwie drei Monate sitzt jemand eine Woche lang rum und macht sich nur Gedanken, beispielsweise, solche Dinge, ja? Da kann man im Endeffekt gar nicht, äh, so genau sagen, wann der Termin ist, wann wirklich alles fertig ist. Es könnte dann auch am Ende des Tages in der Phase, in der Masterphase oder so, dann so dimensioniert werden, dass einige Sachen halt weggelassen werden oder so bleiben, wie sie sind, um einen Termin halten zu können, ne? Ja, aber dieser Termin, der ist, äh, nicht in Stein gemeißelt, gerade, äh, bei der Spielentwicklung nicht. Womit man eigentlich zum zweiten Punkt kommt, es kommt häufig vor, dass während der kompletten Entwicklungszeit Entscheidungen getroffen werden, äh, obwohl es vielleicht schon irgendjemand sich dazu hat hinreißen lassen, ein ungefähres Datum zu nennen, die dazu führen, zwangsläufig, dass das Datum gar nicht gehalten werden kann. Mal zwei Beispiele, ähm, ja, wir kommen dann und dann raus im Jahre 2050, ja? Und im Jahre 2050 ist jetzt nur so ein Beispiel, damit jeder weiß, dass ich jetzt auf keinen Fall eine Release-Datum genannt habe, das uns betrifft. Ah. So, 2050 soll irgendwie das, äh, Spiel rauskommen und irgendjemand sagt, ja, aber, äh, wir haben ja jetzt auf einmal plötzlich, äh, das, äh, Dev-Kit gekriegt von der Playstation 20. Ach, das. Und die Playstation 20, die müsst ihr jetzt unbedingt auch bedienen. Und dann kann man das jetzt folgendermaßen machen, man sagt irgendwie, das, äh, Release-Datum, das bleibt jetzt 2050 irgendwie im Weihnachtsgeschäft, oder, äh, du sagst irgendwie, ja, aber eigentlich wollen wir gerne ein Sim-Chip und für die, äh, Portierung irgendwie auf die, äh, neue Playstation 20 brauchen wir aber so und so viel Zeit und das, äh, würde das Weihnachtsgeschäft gar nicht packen, also müssen wir automatisch, was weiß ich, zu Ostern rauskommen mit dem Ding. Und solche Entscheidungen, die passieren manchmal während der Entwicklung. Ja, zum Beispiel, äh, was kommt zuerst raus? Äh, die PC-Version oder die Konsolen oder, äh, kommt vielleicht eine fremde Konsole, die man, die man bis dahin noch überhaupt nicht bedacht hat, noch mit drauf und dann wollen die trotzdem alle gleichzeitig erscheinen? Äh, oder es werden irgendwelche Verträge gemacht, dass man exklusiv irgendwas macht, oder, oder, oder. Oder man kommt ganz böse auf die Idee, dass während der Entwicklungszeit zum Beispiel irgendein Feature jetzt ganz wichtig ist, das noch mit ins Spiel muss, das vorher überhaupt nicht mitdesignt und gar nicht mitgesprochen war. Das heißt, im Milestone-Plan taucht es bisher nicht auf, aber es ist jetzt wichtig, es ist, was weiß ich, vielleicht dem Publisher wichtig, vielleicht irgendeinem Investor wichtig, oder es ist, äh, vielleicht sogar in den seltenen Fällen uns selber wichtig, dann, ähm, würden wir quasi den, äh, Release-Zeitraum, äh, verschieben zu einem Zeitpunkt, in dem dieses Feature auch noch fertig ist. Da muss man aber aufklären, warum selten wichtig für uns, weil wir eigentlich einen Plan verfasst haben, den wir erfüllen wollen erstmal. Genau, ja, das heißt, wir haben unsere eigenen 100% und wollen das Spiel jetzt erstmal so machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn jetzt jeder Piranha ankäme und sagt, so, ja, ich möchte aber gerne noch irgendwie den goldenen Hut und der eine möchte gerne die sprechende Ente und, äh, diese Features sollen dann auch alle mit rein, dann, dann würden wir uns tatsächlich effektiv verrennen. Das wollen wir aber selber nicht, deswegen packen wir solche neuen Ideen, das waren jetzt doofe Beispiele, aber wirklich... Die goldene Ente und der... Oder das fahrende Auto, sagen wir mal, ein Feature, das wirklich viel Zeit kostet, ähm, das nicht in der Planung ursprünglich mit drin war, dann kommt das fahrende Auto nicht hinten her, wenn der Level schon gebaut ist, noch mit rein. Das wollen wir nicht. Dann sagen wir lieber, dann machen wir vielleicht... Wir wollen auch keine fahrenden Autos. Auch nicht, aber vielleicht machen wir dann irgendwann mal ein Autorennspiel oder so und dann wird es auf die lange Bank geschoben. Oh Gott. Und, ähm, ich will das auch nicht. Äh, aber... Mein Gott, ich muss ja irgendwelche Beispiele nennen, von denen man nicht schließen kann, was wir wirklich machen. Also der goldene Hut und die... Ja, nee, super. Ja, und solche Entscheidungen im Laufe der Entwicklung können allerdings dazu führen, dass ein Release-Datum tatsächlich aktiv verschoben wird, ohne dass man jetzt irgendwie Kacke gebaut hat. Womit man natürlich zu der Frage kommt, warum oder wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, ein Release-Datum zu nennen und welches ist es dann? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ey, 2050 wollen wir gerne auf den Markt und man denkt so insgeheim ans Weihnachtsgeschäft und da kommt jetzt das nächste geile Rollenspiel von der Firma XY und wir sagen, Hm, ist vielleicht keine gute Idee, gleichzeitig mit denen auf den Markt zu kommen. Vielleicht ist es ja schlauer, ähm, wenn wir es vorher nicht schaffen, lieber noch drei Monate zu warten, wenn die ganzen Rollenspieler irgendwie deren Spiel schon mal durchgezockt haben, dass wir dann auf den Markt kommen. Dann kann das auch eine aktive, bewusste Entscheidung sein, so einen Release-Datum nicht zu halten. Und schon ist es nicht mehr 2050, sondern 2051. Und das Release-Datum wurde verschoben. Dabei ist das Spiel vielleicht eigentlich schon so weit, dass man es auf den Markt verkaufen könnte, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht und darum verschiebt man es lieber ein bisschen nach hinten, weil das ganze Publikum seinen Kindern jetzt zu Weihnachten lieber das Rollenspiel XY und schenkt. Solche Überlegungen spielen da mit rein und da kommt natürlich dann der Publisher mit ins Spiel. Okay, denn die machen natürlich auch Marktanalysen, die im Endeffekt das konkrete Datum bestimmen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir müssen fertig sein, müssen sagen, es ist fertig und die gucken sich das an und sagen, okay, das entspricht unseren Qualitätsansprüchen, die wir, die Ansprüche, die wir in dieses Produkt gestellt haben und sagen dann, okay, wir bringen es jetzt raus. Und zwar dann und dann. Das heißt also, auf einer Skala von drei, vier Monaten oder so, ist dieser Termin dann von denen bestimmt. Was natürlich auch daran nicht, dass wir überhaupt keinen Überblick haben, was jetzt wirklich rauskommt und wer jetzt Konkurrenzprodukt ist und wer nicht und was weiß ich. Natürlich kann man das auch abschätzen. Aber die haben dann nochmal einen ganz anderen Blick darauf, das ist vielleicht ganz gut, wenn man es jemand anders machen lässt. Weil wir sollen das Spiel gut machen und der Publisher soll sich um solche Dinge kümmern. Ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt X müssen wir uns dann gemeinsam einigen, weil es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, an dem es sehr schlecht umkehrbar ist. Mein Gott, ich weiß für mich. Also, wenn die Maschine einmal angelaufen ist, das so ein paar Monate vor dem tatsächlichen Release-Datum, dann werden viele Sachen und Prozesse in Gang gesetzt, die man nicht so einfach wieder sagen kann, oh nee, doch nicht. Zum Beispiel, dass bei diversen Läden Palettenplätze gebucht werden. Und das in verschiedenen Ländern, in vielen Städten. Ja, Retail gibt es noch. Das heißt also, der Krempel wird noch auch als Schachtel in den Laden. Auch wenn es weniger wird, aber es ist schon so, dass das nicht unwichtig ist, dass man solche Sachen mit berücksichtigt. So, sonst kriegst du sowas, was wir Rohrkrepierer nennen würden. Du bringst dein Spiel raus und keinen interessiert es. Wenn das Spiel in die Schachtel kommt, muss es ja vorher auch irgendwie abgegeben und gepresst werden. Die Schachtel muss gemacht werden, das Ding muss von A nach B geschippt werden, irgendwie damit die Leute es im Laden auch kaufen können. Und zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel in die Schachtel kommt, sollte es eigentlich fertig sein. Wenn einem irgendwas Böses auffallen sollte, was noch drin ist, dann kann man vielleicht ein Day-One-Patch noch nachschieben. Aber eigentlich gibt es einen Zeitraum, da gibt es kein Zurück mehr. Da muss man sagen, so, das ist jetzt der Zeitpunkt, das Ding ist fertig, wir fassen es jetzt nicht mehr an, das muss jetzt in den Laden. Und das ist ja nicht nur so irgendwie, dass man sich mit dem Händler um die Ecke verständigen muss, sondern weltweit. Das heißt, der Publisher unterhält sich mit denen, die in den verschiedenen Ländern das Ding dann auch wieder an den Mann bringen und dort buchen und so weiter. Und das ist eine Maschinerie, die ist riesengroß und kostet sehr viel Aufwand, Geld und Zeit. Und dann wird ungefähr abgeschätzt, na, wie viel werden die Leute dort wohl von dem Titel kaufen? Und dann kommt das Ding erstmal in dieser Schätzung, in den Laden. Und dann hat man entweder Glück und hat ziemlich gut geschätzt, man hat Pech, man hat ziemlich schlecht geschätzt und muss vielleicht, ja, bleiben ein paar Ladenhüte. Oder es werden welche nachproduziert, wenn die Dinger zu schnell vergriffen waren. Ja, dann dauert das aber auch wieder ein bisschen, bis es dann wieder soweit ist. All diese Sachen müssen zu dieser Phase bedacht werden. Ja, und die ersten drei Wochen sind die wichtigsten. Die erste Woche ist die wichtigste, weil da kannst du schon sehen, wo die Reise hingeht. Meistens weiß man das auch schon vorher, weil es halt sehr viele Leute gibt, die interessiert mich oder ich tue es auf die Wunschliste oder die diversen Portale, die es da gibt, wo man das Spiel dann bekommen kann. Ja, da sieht man schon ungefähr, wo es hingeht. Aber ganz konkret weißt du es erst drei Wochen, nachdem du rausgekommen bist, wie es jetzt wirklich gelaufen ist. Genau. Ja, und da darf dann auch nichts schief laufen. Und der interessante Part ist, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, was wir dann in dieser Zeit machen, ist parallel arbeiten. Sowohl zu gucken, dass wir die letzten Sachen, die noch aufgefallen sind, weg machen oder fixen oder was auch immer. Oder um kümmern, dass er auch wirklich rauskommt. Öffentlichkeitsarbeit zu machen und da sitzen wir aber auch schon seit Monaten an einem neuen Projekt. Das heißt, wenn man lukrativ arbeiten will in einem Team, so wie wir das hier machen oder so, dann musst du da schon dein Baby, also das nächste Projekt irgendwie schon, am besten schon gepitcht haben und vorproduziert. Du musst es eigentlich schon in der Produktionsphase sein, also in der Pre-Production zumindest. Also in der Produktionsphase nicht, bei so einem großen Projekt nicht. Aber normalerweise, kleine Projekte laufen ja alle so. Bedeutet aber in der Außenkommunikation erzählst du selbstverständlich nichts über das neue Projekt, ehe es nicht wirklich auf Papier schwarz und weiß sicher ist, dass du es machst. Denn daran arbeiten tun wir natürlich und einen Wunsch haben wir auch. Aber ehe nicht zum Beispiel ein Publisher gesagt hat, in Ordnung, wir machen das mit euch definitiv jetzt und das ist... Und der Publisher, der weiß ja noch gar nicht, wie geil der Scheiß ist, den du gerade produziert hast, weil der hat die Zahlen ja noch gar nicht. Und dann stehst du da und musst ja eigentlich weiterarbeiten, da arbeitest du eigentlich erstmal auf eigene Tasche. Das ist so. Das heißt, du arbeitest erstmal einfach da in dieser Release-Zeit oder so, die sehr turbulente Zeit ist. Ja, dann wird man auch noch gelobt und dann wird man gescholten und das ist irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle und hin und her. Und dann kriegen wir tausend Fragen und ja, wieso habt ihr das denn so gemacht? Dann gibt es Leute, die sind euphorisch, finden es total toll. Dann gibt es Leute, die finden es total scheiße. Ja, also das ist eine sehr turbulente Zeit und an Urlaub oder sonstige Sachen ist da überhaupt nicht zu denken. Das ist einfach die schlimmste Zeit überhaupt, weil man ist nervös, man weiß nicht so genau, was haben wir jetzt, haben wir... Also das ist schon wirklich ziemlich turbulent. Ja, hast du eine Community-Frage? Ja, tatsächlich. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Woran arbeitet ihr denn gerade? Woran wir gerade arbeiten, an unserem aktuellen Projekt. Genau. Was wir noch nicht großartig auswalzen wollen, weil es gibt nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen, ist eigentlich so das Vorrangigste. Ja, und wenn wir jetzt da schon darüber diskutieren würden oder so, dann müssen wir erstmal selber dahin kommen, dass wir uns sattelfest fühlen und so weiter. Wir haben sehr viele Feedbacks eingesammelt über unsere vorherigen Spiele, über den aktuellen Titel, Elex, den wir gerade rausgebracht haben. Und da müssen wir erstmal überhaupt unsere Linie finden, zu sagen, okay, das können wir schaffen, Verbesserungen an diversen Dingern und so weiter. Es wird kein Autorennspiel werden, es wird schon so ein Spiel werden, typisches Piranha-Arbeit-Spiel. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass Warten doof ist. Aber bei den Projekten, die wir machen, dauert das nun mal leider sehr lange. Und selbst wenn wir euch jetzt irgendwelche kleinen Hinweise geben würden, wäre euch das eigentlich keine Hilfe, weil die Fragen bleiben. Die bleiben bis zum Ende und ich weiß, dass viele Leute jetzt gerade fragen, was macht ihr denn, was macht ihr denn, was macht ihr denn? Aber diese Fragen bleiben auch noch eine ganze Weile so. Denn wir können und wollen darüber nichts verraten, ehe das nicht passiert ist, was der Björn gerade gesagt hat. Und wenn wir was Geiles haben, werden wir es euch auf jeden Fall sagen und da freuen wir uns auch drauf. Und wir werden es euch zeigen und hoffen, dass es euch dann gefällt. Und so lange, ja, bespaßen wir euch eben anderweitig, damit ihr... Da kommt dann immer gleich die Frage, ja gut, aber wenn ihr euch da so abschottet und dann nicht irgendwie daran teilhaben lasst und hast du nicht gesehen, da können wir da ja gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das macht ihr jeden Tag. Das tut ihr jeden Tag. Ja, ihr bewertet unser Spiel, ihr spielt unser Spiel, ihr schickt uns Feedback dazu, ja, das macht ihr schon, dass das Spiel raus ist. Das heißt, wir haben schon ein ziemlich gutes Bild von dem, wie ihr denkt, zumindest im Mittel. Also jede einzelne Person wird man nicht glücklich machen am Ende des Tages, aber dieses Feedback, ja, das habt ihr schon längst uns zukommen lassen. Und da arbeiten wir dran, dass wir Sachen, dass wir euch auch gefallen am Ende des Tages. Das ist ja das Wichtigste daran, so, ne? Und jetzt müssen wir uns erstmal einordnen und gucken, dass wir was Geiles auf die Beine stellen. So sieht's aus. Ja, gut. Kommen wir zur nächsten Klamotte. Der Trophy Box. Haben wir mal heute was für die Trophy Box? Ja, haben wir. Und zwar, guck mal hier. Ah. Da sind Kärtchen drin, ja? Und zwar von uns beiden. Also, einmal meine Visage. Nee, kann man das sehen? So, ne? Und einmal, wahrscheinlich bist du hinten rum. Ah, schon alte Fotos, ne? Jenny. Ja, gut, okay, aber irgendwie, ich weiß nicht. Man erkennt's auf jeden Fall sofort wieder. Ja. Ja. Diese Bilder, die gab's tatsächlich von allen Piranha-Bites-Mitarbeitern und die hat der Marco Wernicke für uns gemalt. Das ist der Arthus of Coptun, sehr aktiv. Der hat das Piranha-Fanart-Portal gemacht, ja, hat da sehr viele Fanart-Sachen gemalt. Da könnt ihr ja mal draufgehen auf die Seite im Netz und euch das angucken. Zum Beispiel auch so Sachen wie, ähm, 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 wie nennt man das nochmal? So Desktop-Hintergründe und, und, ähm. Word-Modepaper. Der hat mittlerweile mit seinen ganzen Sachen, die er für Piranha-Bites, ähm, erstellt und gezeichnet hat, tatsächlich auch schon Sachen ausgestellt. Und war uns sehr, sehr treu über viele, viele Jahre. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank, Marco. Und, ähm, wir haben uns sehr darüber gefreut, diese Autogrammkärtchen, die kommen immer noch wieder zum Einsatz. Und, ähm, ja, das ist, ähm, echt geiles Zeug, was der Marco da gemacht hat. Unbedingt. Ja, ich würde sagen, ähm, damit wären wir durch, ja, mit der zweiten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und, äh, ja, äh, wir hoffen, wir sehen euch auch beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. So. Jetzt habe ich mich aufs Kabel gesetzt, oder was? Tch, tch.